Selbstständig und verlässlich schlängelt sich Bella durch das Restaurant. Bella ist ein Roboter und das absolute Highlight für die Gäste in Grömitz. Wir haben es im Fernsehen gesehen. Erst wollte ich es nicht glauben, aber nun ist es so. Da war die Corona-Zeit. Ja, man war halt zu Hause, man hatte viel Zeit, man hat eine Reportage gesehen. Und da habe ich halt eben Bella das erste Mal in Action gesehen aus China. Und in China ist das ja schon ein bisschen länger und weiter verbreitet. Und da dachte ich mir, das muss ich auch haben. Aber Servier-Roboter Bella ist mehr als nur Entertainment für die Gäste. Sie ist auch eine echte Entlastung fürs Personal. Es ist natürlich ein schönes Mittel, wenn man es überlegt, um die Personalprobleme einfach auch anzusprechen. Und wir haben auch personelle Probleme und mussten uns auch irgendwie Lösungen herbeiführen. Ganz wichtig, Bella soll das Personal auf keinen Fall ersetzen, sondern unterstützen. Jetzt ist es so, man geht mit Bella zusammen an den Tisch und kann halt einen Acht- oder Zehnertisch alleine abräumen und zu Spülküchern transportieren. Und auch der Kontakt zu den Gästen bleibt trotz Bella erhalten. Besser, nun hat die Bedienung sogar noch mehr Zeit für Beratung und ein Schwätzchen. Ja, aufgrund dessen, dass da doch noch ein Mensch bei war und das runtergeholt hat, wir dachten, dass der Roboter uns das auch serviert. Nee, gut, also ich war sehr, sehr überrascht, dass der hier auch beim Angefahren kam. Also das ist ja schon was Außergewöhnliches. Aber sehr rückengerecht, sag ich mal. Dieses Personal hat eine Entlastung. Bella wird zumindest nie krank und Urlaub braucht sie auch keinen. Durch ihre Sensorik kann sie Hindernisse gut erkennen. Nur ab und an filtern doch das ein oder andere Glas um, wenn die Fliehkräfte nicht richtig eingeschätzt werden. Aber das kann man Bella kaum übel nehmen. Gerade im Restaurantbereich haben wir sehr, sehr oft, dass halt die Gäste sagen, wo sind Bella? Oder noch nicht mal Gäste, die jetzt hier drin sitzen, sondern auch viele Kinder stehen auch mit den Eltern vor der Tür, fragen, dürfen wir Bella mal streicheln? Und das gefällt Bella offensichtlich gut. Hier ist man so begeistert von ihr, dass sie irgendwann sogar noch einen rollenden Kollegen bekommen soll.